Ich bin tot. Ach du warst das? Ey Leute. Oh nein. Ich hab's gesagt, das ist ja. Guck mal, wie sausehen die Jungs. Ich hab einen Schlauch auf dem Buckel. Das ist ein Banküberfall. Geil. Ist da neuer Rucksack los? Geht los. Ja. Sag's mal einen Rucksack. Dieses langgezogene Ding. Ja, hörst du, das klingt doch gut. Kommt ein Follow rein und ich seh's nicht mal. Scheiße. Seid ihr noch da, Jungs? Ja. Ja. Seid so still. Ich hab gerade Chatlens geschrieben auf seine Frage. Ach so. Chatlens. Also wenn ihr hier so ein AK-Gummimuffe für hinten findet, dann... Oh, geht los. Weißt du, wo ich so ein Gummimuffe immer finde? Bei deiner Mutter. Korrekt. Auch hinten. Korrekt. Da kann ich gar nicht mehr lachen. Ne, ich lese gerade den Chat. Ach so. Man bekommt von ihr nichts eher. Sorry, Fabian. Das weiß ich auch nicht. Das Ding ist, ich hab ja das... Das D.A.C. Scheiße, keine Vaseline. Ach, Skephskill, ne? Ne, wir müssen einfach nur zum Ausgang eigentlich. Ein Unterwegs Skephskill. Okay. Ein Dings... Rock Passage, würde ich irgendwie... Ich hab das D.A.C. halt nicht so intensiv gezockt, dass ich mich... Dass wir so krass viel bei dieser komischen Königin waren. Ihr geht durch den Sumpf, ja? Ich geh hier hinten lang. Pass auf, oben. Also ich geh... Ich geh gleich direkt hier zu dem... Strommast. Genau. Und oben sind ja dann an diesen zwei Kisten sind immer Skephs. Ja. Und dann sind ja noch ein Stück weiter an den LKB Skephs. Warte mal, was heißt denn hier? Das ist schon mal scheiße, wenn sich hier schon wieder einer entfernt. Ich weiß nicht. Was, 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 was? Wo ist denn jetzt Matze? Ich bin hier... Oh, ich hab einen Wasserfilter gefunden. Okay. So. Beutel, wo bist du? Ich höre Steps. Ich bin hier. Gut. Lauft ihr? Also ich bewege mich gerade nicht. Nee, ich auch nicht. Genau. Armin, da sind wir bei dem Punkt. Wo seid ihr jetzt? Wir kommen jetzt Richtung zu dir. Glaub ich. Ich höre... Ihr ist ein Skeph bei mir. Hier am Skeph-Hügel. Ja, genau. Den braucht Beutel. Aber ihr seid doch Richtung Kirche gestürzt. Ja, nee, nee, nee. Sind wir nicht. Warte, ich gehe jetzt. Beutel, da kommt ja... Siehst du den Fluss? Äh, hier... Siehst du, wo ich bin? Ah, jetzt sehe ich dich. Und der ist oben drüber. Ey, aber schießt nicht hier runter. Ich bin an der Kiste hier unten. Der hat sich gerade hingelegt, der Idiot. Der ist hinter dem... Er kommt dort. Der ist hinter dem... Ey, hier sind drei Leute. Achtung, Leute. Es sind drei Männer hinter uns, Herr. Was, was, was? Was, drei Männer? Hinter uns drei Typen, Alter. Wo seid ihr denn nur? Also ich sehe Benji hier. Was ist neben ihr, ne? Der Skeph... Ey, was ist denn jetzt los? Ey, dieses Fotzen-Programm. Au! Benji, schieß den um, Mann. Schieß den einfach um. Ich bin tot. Ach, du warst das. Ey, Leute. Oh, nein. Ich hab's gesagt, das ist klar. Oh, nee. Zwischen Mats und mir in so einem Gebüsch. Oh, ich dachte mir, geil, drei Typen. Die mach ich weg. Nee, das war alles. Ach du, Mats und ich bin jetzt bei Benji. Okay, ich komm mit hin. Wo ist denn noch dieser Dreckskeph? Gucken wir mal, ob ich Benjis Zeug mitnehmen kann. Da unten rennt er noch. Bist du das, Matze? Ich bin das, ich bin das. Ey, ich sehe die Scheißkephs nicht, ey. Ich mach den jetzt endlich kalt. Die Beute, der hat's schiengenlegt. Der hat's schiengenlegt. Ja, der liegt doch da unten. Der liegt doch nur rum. Ich bin tot, Alter. Na, klasse. Leck mich doch. Vom Skeph? Ja. Ey. Oh, nee. Das kann jetzt nicht wahr sein, Alter. Ich hab kein Salewa mit, ich Idiot. Backshot. In die Fresse, Alter. Ich hasse diese Hurensöhne. Ich glaub, unsere Leichen findet da keiner. Da muss man schon durch Zufall drüber latschen. Also eure. Ja. Ich glaub, da rennt, meistens rennen sie entweder oben am Zaun lang, oder die kommen unten vom Sumpf oder so. Also das war, da lag ich, da hab ich noch nie gefunden oder überhaupt gesehen, oder? Höchstens man sieht uns gut liegen, weil wir waren ja nun nicht im Gepüsch oder so. Naja, aber dort ist das Gras zu hoch. Naja, es ist wie es ist. Also ich hab euch auch nicht gesehen. Naja, mal gucken. Ich mag ja Customs nicht. Diesen Schlauch und dann diese Drecksstellen. Was ist doch jetzt kein Schlauch mehr? Durch die Erweiterung ist es doch schon breiter geworden. Ja, das muss man auch schon sagen. Aber nichtsdestotrotz geht's jetzt los. Ja, und es gibt kein Zurück mehr. Außer Alt-F4. Knusper, gleich mal ein Knusperriegel. Obwohl, wir waren jetzt so lange in der Lauf. Alter, was ist denn? Ich geh gleich hoch. Hä? Achso. Okay. Wir müssen aufpassen, dass da vorne keiner ganz um die Ecke rauskommt. Seife und Kaffee. Alter, ich hab eine SKS gefunden. Geil. Aber nicht so eine geile, wie ich hab. Ne, das nicht. Ich hab nicht mehr zumal den Stock. Und nicht mehr OP. Was? War ja nicht auch irgendwo eine Kiste hier. Ich steck vorne die Neingang. Wollen wir jetzt... Ey, wollen wir rüber hier in... Kommt schnell, kommt schnell. Benji, komm vor. Lass uns rüber. Ich weiß, wo du hin willst. Ja. Wohin? In de Bude hier. Ja, gleich. In de Links. Achso, ich dachte ja, links. In de Pornoladen. Ja. Ich hab ein Frosch im Hals. Halt doch die Fresse. Okay. 30 Schuss weniger. Eins gef tot. Matze, das galt nicht hier mit. Halt die Fresse. Ja, ne, ne. War doch, wir waren ja schon klar. Ich wollte mal in den Spiegel gucken, aber der hat ja irgendwie voll in den Spiegel zerknappt. Da war ich noch nie drin. Na los, lass uns mal hier hinten raus und dann... Oder? Was ist denn hier hinten? Na, hier raus. Wo willst du da hin jetzt? Zur Tanke? Na, wollte... Warte mal. Da läuft einer. Hier auf unserer Seite am Gebäude. Wo wir gerade rausgucken. Von rechts nach links oder von links nach rechts? Da ist los. Der kommt hinten rum, das ist Geff. Mehrere, mehrere, mehrere. Ne, es sind mehrere. Es sind mehrere. Ich würd mal hinten den Stage looten wollen. Jo, ich geb dir Deckung. Okay. Ihr rennt jetzt vor zur Maulung? Ne, hinter. Also ja, vor und dann hinter. Richtung... Zum Stage. Scaff, Scaff, Checkpoint oder was es ist. Achso, Exit. Okay, ich sehe euch. Warum tut ihr sowas denn? Ich bleib lieber hier. Ich bleib lieber hier. Manchmal fällt da Wut drin ist. Da geb ich einen Beutel recht. Paracord, PPM. Und ja. So, okay. Wir kommen vor, Matze. Okay. Ich bin hier noch da, wo wir uns getrennt haben. Ich stehe noch drin in der Bude. Komm rein. Tipp kurz den Scaff an, den du erschossen hast. Oh, hier sind zwei Scaffs. Ah, ich bin tot. Benji ist tot. Nein. Hat vollen Headshot gekriegt. Aber von einem Spieler, von irgendwo anders. Okay. Okay, Matze, ich bin hier draußen. Warte, ich komme jetzt wieder rein. Wuchsnah. Matze, sieht man von hier oben, gibt es hier einen Raum, von dem man alles runtergucken kann. Nee. Nee. Doch. Die Werkstatt. Ehrlich? Nee, doch nicht. Ich denke, der war... Kommst du hoch, Matze? Ja, ich komme hoch. Bist du hier oben? Ja, ich bin hier oben. Okay, Matze, ist das aus? M61, ja. Ja. Und ich denke, der war gegenüber auf den Felsen bei der Tanke. Denke ich auch. Heute brauchst du noch ein Schlüssel für die Gas Station. Äh, nee, lass uns jetzt mal konzentrieren. Äh, hab ich, hab ich. Okay. Der wird jetzt Benji looten wollen. Meinst du? Nee, das ist ein Sniper, ist nicht. Glaub ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Da kommt nicht rüber, um zu looten. Ich gehe jetzt wieder runter, Matze. Okay, ich komme mit. Kennst du nicht, dass der Benji looten will? Wo bist du jetzt, Beute? Ich bin unten in der Halle. Also an der Treppe. Okay, ich höre dich. Okay. Achtung, da kommt einer hier ran. Das ist ein Spieler. Nee, oder ein Skev. Der ist gerutscht. Ja, der looten wahrscheinlich gerade Benji. Kann das sein? Ja. Das ist ein Spieler. Wo bist denn du, Matze? Ich kann, wenn ich jetzt hier vor... Ich komme jetzt hier rum. Ich schmeiße eine Granate. Ja. Ich schmeiße noch eine Granate. Oh, shit. Ja, das ist ein schönes Ding. Du hast ihn gut. Matze, wie sieht es aus? Hast du ihn? Ich habe ihn. Ja, aber ich schmeiße trotzdem mal eine Granate zur Seite. Ich wusste, dass der den lootet. Ja, das stimmt. Hast du gesagt. Benji, hast du Heilung in deinem Gepäck? Nee, nur in meinem Container. Ey, da frag ich mich trotzdem, wie der mich erwischt hat. Guck mal schnell rüber. Das kann sein, dass noch ein anderer ergen muss. Weil der hat nicht auf mich geschossen und ich bin völlig zusammengeschossen. Oder, Benji? Hast du es im Stream gesehen? Nee, habe ich nicht. Scheiße, die Granate ging voll gegen den Törrahmen, die zweite. Das habe ich gesehen. Aber die ist trotzdem irgendwie rausgefallen. Beutel, der hat einen schönen Knifte. Die kannst du noch nehmen. Gut, ich bin fertig, komme zurück. Komm ich mal rein. Dann gehe ich mal schnell hin. Alter, du hast den ja völlig nackig gemacht, den armen Hund. Nee, natürlich. Achso, ich habe hier die. Der könnte mich ja ohne Angst machen. Ein bisschen Zeug ist noch drin, aber der hat bloß noch... Also der hat noch gute Wett... Einen armer Trick gehabt. Und die DVL. Die Sniper. Ah, die passt da nicht rein, die Scheiße. Okay. Ja, Benji, du liegst bloß irgendwo... Obwohl, eigentlich könnte ich dich ja looten. Wenigstens deine Marke mitnehmen, willst du? Na klar. Nee, die habe ich schon. Die hat er schon... Na, die hat er schon bei sich hat. Achso. Echt? Mhm. Ja. Und meine Knarre hat er auch gehabt. Die AK... Ach, war das deine, die AK... Die AKM ist meine, ja. Ah, okay. Auch Magazin habe ich nicht gesehen. Na, die sind hier in Benjis Weste. Denk an den Sniper hinter uns. Ja. Wo bist du, Matze? Ich bin ja hinten an der Waffenkiste gewesen. Ich komme jetzt rum. Ich renne noch. Ich sehe dich. Ey, links, stopp. Links. Also von mir aus siehst du, wo ich hingucke. Richtung LKW. Aber hier auf der Seite quasi. Neben dir sozusagen. Ja, hörst du es? Ja. Ja, ist vorbeigerannt an der Halle. Da vorne der Sniper. Da kommt er. Ah, es ist Kev. Okay, dem hast du es besorgt. Achso, meine Magazine sind da, Alter. Und ich drücke hier R wie bekloppt. Der andere ist da irgendwie dem Sniper wahrscheinlich in die Armee laufen, oder? Von da hinter uns hat es geschossen. Hast du das mal gehört? Ich gehe mal kurz den Typen looten. Okay. Was ist denn das? Eine Granate liegt hier im Regal, Alter. Äh, hier ist noch einer, Matze. Definitiv. Okay. Ja, hinter mir kraucht es im Gebüsch. Warte, er kommt hier rein. Er ist an der Tür. Warte. Er rennt. Oh, es sind zwei. Es sind zwei. Scheiße. Geh mal weg da. Ich kann, ich bin übelst verletzt, Alter. Heidlich, bitte. Ja. Die kommen rum. Ich hoffe, dass sie nicht dann nochmal durchkommen. Die kommen vom Bonn, Alter. Hä? Wo kam denn das jetzt her? Den hast du erwischt, Beutel, oder? Ah, jetzt kommen sie. Ja, okay. Das war dumm. Die haben es gut gemacht, ne? Den hast du erwischt, oder? Ja, aber nicht tödlich. Achso. Die haben es gut gemacht. Mist. Ich hätte gedacht, das waren Skeps, Alter. Die haben es gut gemacht. Ich hätte gedacht, das waren 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 es gut gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020